Abtrünnige Akolyten der Kirche versuchten einst, mithilfe eines alten Runenfolianten ein dunkles Beschwörungsritual zu vollziehen. Dazu erschufen sie mit magischen Gesten ein dämonisches Portal über einem Pentagramm. Während der Ritus voranschritt, wurden einigen Akolyten bald mit Schrecken klar, dass sie nicht fähig genug waren, diesen dämonischen Zirkel aufrecht zu erhalten. Was mit ihnen geschehen ist, wurde nicht überliefert, doch nun seid ihr im Besitz dieses alten Runenfolianten. Was also werdet ihr tun? In Science versuchen drei bis neun Spieler in jeder Runde mit ihren Händen eine Abfolge von Zahlen aufrechtzuhalten. Dabei sind sie verpflichtet, den Regeln Folge zu leisten, die ihnen durch Runenkarten auferlegt werden. Jede Runde kommt eine weitere Runenkarte hinzu, sodass die Regeln immer umfangreicher werden. Wer ein falsches Zeichen zeigt und von den anderen Spielern dabei ertappt wird, muss den Zirkel verlassen. Nur den mutigsten und klügsten Beschwörern wird es gelingen, das Ritual bis zum Ende aufrechtzuerhalten. Das kleine, feine Science könnt ihr ab sofort in der Spieleschmiede unterstützen. Leider